Für Lufi. Für Lufi. Na, Maria. Zwei zu zwei zusammen! Wo sind denn deine Eltern? Auch. Mischa, wie oft hab ich dir gesagt, du sollst nicht mit anderen Leuten reden. Was hast du dieser Frau gesagt? Nix. Unterricht. Toller Lehrer, fängst deinem Sohn falsche Sachen bei. Mischa, jetzt ist Schule. Wieso kann ich nicht in die richtige Schule? Die ist ja gleich da vorne. Papa kann ich raus. Wie ist denn? Wie ist denn? Misha! Kann ich Ihnen helfen? Geht der Junge hier zur Schule? Moin. Er ist fünf. Er ist sechs. Stimmt doch gar nicht. Ich bin sechs. Ich bin sechs. Stimmt doch gar nicht. Ich bin sechs. Ich bin sechs. Ich bin sechs. Er ist fünf. Hier ist keiner Zeitung. Soll alles. Timm doch gar nicht wahr! Jan, der Party würde mir ab und Apa nichttaa kommen! Barm es� zurück! Vielen Dank.